Heute mal wieder ein kleines Unboxing Video. Ganz neu habe ich hier eine GoPro Fusion und was da drin ist, das wollen wir jetzt mal ansehen. Hier ist das neue Ding. GoPro Fusion macht 360 Grad Aufnahmen. Soll im Stitching wesentlich besser sein als die Nikon Key Mission in der Auflösung. Fotos mit 8K, Videos mit 4K. Mal sehen, wie sich das Ding dann schlägt im Test. Hier ist die neue GoPro Fusion. Was hier drin ist, schauen wir jetzt mal schnell hier an. Zack. Okay. Hier haben wir mal eine gedruckte Quickstart Anleitung und Manual. Hier haben wir die Kamera, eine GoPro Fusion. Die ausgestattet ist mit zwei Speicherkarten. Was haben wir sonst hier noch in dieser Schachtel? Die richtig schön sich anfasst. Wir haben drinnen eine Transportbox für die GoPro Fusion. Wir haben einen Saugnapfalter, den man sich auf den Helm pappen kann, der gewölbt ist. Dann eine Saugnapfalterung für ebene Flächen. Fahrzeug sonst was. Ein Ladekabel von klassischem USB-Anschluss auf USB-C. Dann, was haben wir sonst hier noch schönes drinnen? Ein kleines 80 cm langes Stativ. Die ominöse Schraube, die früher oft gefehlt hat für eine GoPro und einen Akku. Hier haben wir dieses Stativ. Das ist hier so mit Magnet, hier so zum Ausklappen. Dann hat man schon mal hier einen niedrigen Stand mit der typischen GoPro Halterung. Kann das hier irgendwie zack. Und dann hat man hier schon mal ein kleines Stativ. So, das hier geht nicht raus, das bleibt hier so. Ich dachte, das kann man auch irgendwie. Aber nein, dann kann man das so machen. Dann ist es fest. Gut, es ist halt, ist halt, ist halt, oder hat man praktisch hier so einen Selfie-Stick. Das Ding hier ist 10, 20, 30, 40, 50, 60 cm lang. Und alles Spätere sehen wir dann später. Das ist die GoPro Fusion. Was dieses Ding kann, das sehen wir dann später. Zack. Zack. Bis zum nächsten Mal.